Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wegen der Transparenz sage ich das gleich vorneweg. Ich habe hier diesen Segway Navimov nicht regulär bestellt, sondern der Unternehmer hat mir das zugesandt. Und ich muss dazu sagen, ich habe diesen Rasenmäher-Roboter, wie er jetzt hier steht, schon länger zu Hause. Das heißt, ich war so ein bisschen bei der Erprobung mit dabei, habe so ein Modell, da war das noch gar nicht so richtig fertig, da hat hier und da noch ein Kabel rausgehangen. Da habe ich das schon entlangfahren lassen und habe dann die Daten gesendet. Ja, und jetzt bin ich dafür zuständig, einfach mal zu präsentieren, um was es sich hier handelt. Und ich habe jetzt hier das Modell H1500E. Ja, und diese Bezeichnung, die hat immer was mit der Quadratmeterzahl zu tun, denn der hier, der fährt bis zu 1500 Quadratmeter an Rasenfläche ab. Das wird eine ganze Reihe von Videos meinerseits. Und ich fange heute an mit einem kleinen Unboxing, beziehungsweise wir klären auf, welche unterschiedlichen Arten das hier gibt und welche Preise da vorhanden sind, also wie die gelistet sind. Das sage ich natürlich unter Vorbehalt, denn hier kann sich immer mal wieder was ändern. Und nach einem kurzen Intro steigen wir ein. Dann erkläre ich mal auf, was hier der für Spezifikationen aufweist, beziehungsweise welche anderen Modelle es noch gibt. Und ja, im Anschluss gucken wir uns das komplette Zubehör an. Und ja, im nächsten Schritt, das wird dann das nächste Video, gehen wir auf die App ein, dann gehen wir auf die erste Installation ein. Das heißt, ich zeige, was man beachten sollte, wo man die GPS-Antenne hinstellt, weil man kann das nicht überall aufbauen. Ja, und dann gucken wir uns auch an, wie der Bursche hier den Rasen mäht. Und wen das ganze Thema Segway Navimov interessiert, der darf gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich hoffe, dass es mit der Scharfstellung von der Kamera einigermaßen klappt. Das ist, wenn man so große Pakete hat, äußerst schwierig, das einzustellen. Wir gehen mal ganz kurz auf das Gerät ein, was ich hier habe. Ich verknüpfe unten in der Videobeschreibung auch nochmal die Homepage. Da könnt ihr euch die verschiedenen Modelle anschauen. Wir haben ja den 500, 800, 1500 und 3000 Quadratmeter. Wie gesagt, das ist jetzt hier der 1500. Und da hat man einen Schnittbereich von 1500 Quadratmeter. Und man hat hier eine Schnitthöhe von 30 bis 60 Millimeter. Die kann man hier einstellen. Ja, ich muss aufpassen, hier sind die Klingen. Und wir haben eine Schnittflächenbreite von 210 Millimeter, also 21 Zentimeter, wo der Bursche hier über den Rasen fegt und das schneidet. Dann haben wir virtuelle Grenze. Das ist ganz klar, der arbeitet nicht mehr mit diesen Linien, die man auslegen muss. Dann haben wir eine planbare Schnittroute. Das ist ja auch das mit der App, was dann wirklich Spaß macht und auch Sinn. Dann haben wir automatisches Laden. Das versteht sich von selbst. Wenn der leer ist oder wenn der unter einer gewissen Kapazität ist, fährt er automatisch zurück. Wir haben diese Offroad-Räder. Ihr seht das hier. Ja, die sind also richtig grob. Die hauen sich hier auch mal in Sand rein und haben hier mit diesen orangenen Akzenten auch eine auffallende Farbe, damit das auch wahrgenommen wird, dass hier so einer ankommt. Dann haben wir einen Klingenstopp. Das ist auf der Vorderseite. Das zeige ich euch später nochmal. Da kann man draufhauen, wenn man in der Nähe ist. Man kann vielleicht auch was draufwerfen und das werden wir aber alles noch im Praxistest testen, ob das so funktioniert, wie das angegeben wird. Dann haben wir einen Randschnitt. Da bin ich auch gespannt. Man hat ja bei diesen Arten Robotern immer das Problem, dass er halt am Rand dann was freilässt. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Wir haben hier bei diesem Modell 4G. Da müsst ihr aufpassen, manche arbeiten nur mit dem Wi-Fi-Heimnetz zusammen. Wir haben die App-Steuerung. Schnittlänge über App einstellbar. Dann haben wir ein GPS-Anti-Diebstahl-System. Also den kann keiner einpacken, ohne dass er irgendwo dann auch wieder registriert wird, beziehungsweise er sendet ein Signal. Maximale Steigung bis 45 Prozent. Das nenne ich auch was. Dann haben wir die Lautstärke. Und zwar ist das 54 Dezibel. Wasserdichtheit. Wir haben hier eine Unterscheidung zwischen dem hier. Das heißt zwischen dem Roboter an sich. Und der hat nämlich IPX6. Und ja, das ist Schutz gegen starkes Strahlwasser und zeitweiliges Überfluten. Also hier steht vorübergehende Überflutung. Was ist eine vorübergehende Überflutung? Ich denke einfach mal so ein Regen, der sich sammelt und dann nach zwei, drei Minuten wieder abläuft. Da müsst ihr mal schauen. Die Ladestation und die Batterie, die ist ja hier unten. Das ist jetzt auch das Komische, wenn er hier gegen vorübergehende Überflutung geschützt ist. Die Batterie ist allerdings im Inneren. Da dürfte das ja auch nicht viel ausmachen. Weil die ist nämlich nur IPX5 zusammen mit der Ladestation. Und da steht nur Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Ja, also da haben wir hier die Angabe doppelte Sicherheit, würde ich sagen. Ich gehe noch mal kurz auf die Preise. Ich habe ja gesagt, die sind im letzten Jahr, also 2021, da ist der auch vorgeführt worden. Direkt aus China in dieser Pandemiezeit, natürlich ohne Zuschauer. Und da hat man auch dann Preise rausgehauen für die kleinste Version. Also für 500 Quadratmeter, 1199. Dann gibt es noch ein Zwischenmodell mit 800 Quadratmeter. Das läuft bei 1499. 1499, das hier, das kommt mit 1100, nein, mit 1999, das ist der 1500 H, nee, E. Ich komme mit den Nummern durcheinander. H, 1500 E. Jetzt haben wir es. Also 1999 Euro, ihr seht. Und dann haben wir noch den 3000 Quadratmeter. Ich denke, das ist das was für Hotelbesitzer oder Großgrundbesitzer, weil wer hat schon 3000 Quadratmeter? Ja, das ist eine Hausnummer und der schlägt dann mit 2499 Euro zu Buch. Aber wie gesagt, das ist ohne Gewehr. Da müsst ihr einfach noch mal schauen. Ich verlinke die ganzen Webseiten, alles unten in der Infobox. Wir schauen jetzt, was hier noch dabei ist. Da werde ich die Kamera ein bisschen anders da positionieren, damit ihr wirklich seht, was man hier bekommt für sein Geld. Und ja, bis gleich. Dann steigen wir ein. Ich habe euch jetzt soweit mal alles aufgebaut, was hier in dem Karton zu finden ist. Ich gebe einen Tipp vorneweg. Wenn ihr diesen Karton habt, macht euch ein Foto, wie diese ganzen Einlagen reingesteckt worden sind. Denn wenn ihr den Kameraden hier über den Winter oder über den Herbst einmotten möchtet, dann gestaltet sich das schwierig. Also ich habe den schon, ich glaube, gefühlt sechs bis sieben Mal außen wieder eingepackt und ja, macht euch ein Foto und dann habt ihr da keine Probleme. Das hier zählt nämlich auch mit zum Verpackungsinhalt. Wir schauen jetzt einfach mal, was hier noch zusätzlich gleich ins Auge fällt. Wir haben ja hier den Kameraden. Das ist ja, wie gesagt, der H1500E. Die unterscheiden sich ja von der Bauart gar nicht untereinander, nur inwieweit dann noch die Zusatzteile dran sind. Ich glaube, der teuerste, der ist 3000 Quadratmeter, hat noch speziellen Schutz hier vorne, einen Anschlagschutz. Da müsst ihr euch mal einlesen. Da gehe ich jetzt nicht komplett auf diese ganzen Sachen ein. Was ich vergessen habe zu erwähnen, er hat eine Batteriekapazität von 7,8 Amperestunden. Und das ist auch der Unterschied zu dem 3000 Quadratmeter. Der hat nämlich ein bisschen mehr, damit er auch das mit einem Mal schafft. Dann würde ich sagen, fangen wir klein an. Wir haben hier so eine Karte. Ich halte euch mal kurz in die andere Kamera. Da könnt ihr sehen, Google Play Store und der App Store für Apple praktisch. Da könnt ihr das hier einscannen, runterladen. Da gibt es nochmal hier eine Warnung. Das ist ein Kärtchen, das ist mit dabei. Und dann haben wir natürlich hier eingetütet, diese große Bedienungsanleitung bzw. Quick Start Guide. Und da müssen wir schauen. Das ist hier der erste. Da steht auch nochmal alles über die App drin, wie wir das Ganze aufbauen können, was wir nicht machen dürfen. Und hier ist jetzt alles in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Slowenisch, Finnländisch und Spanisch etc. Hier haben wir die große Bedienungsanleitung. Da steht natürlich wirklich alles drin. Ich erkläre so ein bisschen auf, da braucht ihr nicht alles hier raus zu suchen, denn wir gehen auf die einzelnen Teile ein. Dann haben wir Stromkabel. Das ist das Nummer eins hier. Und zwar ist das hier ein ganz normales für die Heimsteckdose. Und dann haben wir hier praktisch den Gegenstecker. Der kommt dann an die Platte, an die Auffahrplatte. Die zeige ich gleich. Das packen wir auch mal auf die Seite. Dann haben wir hier das zweite Kabel. Und zwar ist das das Kabel, das eigentlich die Verbindung von der GPS-Antenne zu der Ladestation, zu der Platte darstellt. Darüber geht dann auch diese ganze Verbindung. Da ist dann ein extra Modul hier in dieser Platte drin. Also das sind die zwei Kabel. Mehr hat man hier nicht bei dem Set dabei, weil ich habe ja schon gesagt, das ist alles virtuell gesteuert. Somit müsst ihr auch kein Kabel außen rum legen. Zu der Platte kommen wir nach diesem Paket. Das ist auch noch eine feine Sache. Und zwar haben sie hier alles Wichtige eingepackt. Und jetzt wird es ein bisschen kleinlich. Denn wir haben hier ein Kästchen. Hier ist nochmal eine Schraube. Ich halte die euch mal hier rein, damit ihr die genauer seht. Das ist die Schraube, um die GPS-Einheit an diesem zusammensteckbaren Stab zu befestigen. Soweit ich das noch erkennen kann hier. Das müsste die sein. Die ist hier drin. Und wenn wir gerade dabei sind, das ist das GPS-Teil. Das heißt, hier steht Exact Fusion Locating System EFLS. Da habt ihr, wie gesagt, hier ein Kabel. Und dann, nee, halt, ich habe was Falsches gesagt vorhin. Ich muss das zurücknehmen. Das hier wird direkt an die Ladeplatte angeschlossen. Und das, logischerweise, Freunde, ist das Zwischenverlängerungsstück für Strom. Mensch, jetzt habe ich euch was Falsches erzählt, aber ich habe es ja noch gemerkt. Und zwar, wenn ihr dieses, komm her, Stromadapterchen in der Steckdose habt, dann schließt ihr das untere Teil an das lange Kabel an. Und ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind. Aber ihr müsst jetzt eure Ladestation auch nicht in direkter Nähe zu einer Steckdose haben. Deswegen haben die hier so ein Packen Kabel mit reingepackt. Also das zur Berichtigung. Ich will euch ja auch nichts Falsches erzählen. Hier, das wird an die, wie gesagt, an die Ladestation angeschlossen, direkt. Ja, das zeige ich euch gleich noch, die Anschlüsse. Die packen wir aber mal wieder vorsichtig hier rein. Denn da muss man immer aufpassen. Und jetzt haben wir hier ein Kästchen. Please remove. Und ihr seht, hier, ich halte es mal oben in die Kamera. Ihr seht, ich habe das hier noch nicht abgemacht. Ja, und jetzt machen wir das mal hier auf. Und das geht jetzt in die Seitenkamera. Da können wir es besser erkennen. Da habt ihr jetzt Ersatzmesser drin. Ich muss jetzt mal linsen. Das dürften, ach, ich glaube, bestimmt drei Sätze sein. Ich kann das jetzt nicht genau sehen. Aber ich denke, das wird nicht das teuerste sein bei Segway. Und dann haben wir hier natürlich noch die Ersatzschrauben. Die sind hier eingesetzt mit so einer Schraubensicherung. Ja, dass euch einfach diese rasierklingenscharfen Platten nicht mal sich losdrehen. Das sind ja Vibrationen. Und dann, wenn euer Kind spielt oder der Hund draußen ist, so ein Teil im Fuß hat oder auch in der Schnauz. Also das ist natürlich auch aufgrund der Sicherheit hier gegeben. Ich denke, das wird auch in der Anleitung stehen. Immer neue Schrauben, wenn ihr die Klingen wechselt. Ja, also das kenne ich noch aus dem Mechaniker-Bereich. Da hat man das auch. Also das ist mit dabei. Dann gehen wir auf die andere Klappe. Was haben wir hier drin? Das, seht ihr, habe ich schon mal ausgepackt. Das zeige ich jetzt oben hier rein. Das könnt ihr aufmachen. Das ist so ein Spieß. Und den dreht ihr euch oder tretet ihr euch einfach in den Boden. Der hat unten so Spitzen. Und oben dieses Schraubbare. Da müsst ihr aufpassen, dass sich da keiner weh macht. Aber das geht ordentlich rein. Das kann ich euch sagen. Das hatte ich schon drin. Dann haben wir hier ein Set mit Bodenanker. Ja, ich gehe wieder hier rüber. Die könnt ihr reinhauen, wenn die Bodenplatte, also diese Ladestation liegt. Und dann verrutscht die auch nicht mehr. Und hier haben wir noch Klettanschlüsse. Da könnt ihr das Kabel verlegen von diesem langen Rohr, das ich euch jetzt zeige. Und hier haben wir einfach noch eine Tüte mit diesen, ja, auch Bodenankern. Ich packe die mal aus. Das muss ich dann sowieso irgendwann anschließen. Ich zeige euch das. Hier habt ihr die Möglichkeit, so geht es besser, ein Kabel reinzuhängen. Und das treibt ihr dann gerade mit einem Gummihammer in den Rasen rein am Rand. Ich glaube, so hat man auch früher diese Begrenzung hier verlegt. Und ja, dann ist das alles richtig gut verlegt. Ich muss sagen, da haben sie wirklich auch viel im Zubehör. Was ich vergessen habe, hier ist noch ein Inbus mit dabei. Ja, hier unten ein großer Inbus. Da kann man hier die reindrehen. Aber, ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Wenn der Rasen dementsprechend weich ist, braucht man das nicht wirklich machen. Ich packe das kurz mal wieder hier rein. Ihr seht das, das hat auch alles seinen Platz. Dann machen wir die Kiste jetzt nicht zu. Legen das mal unten hin. Und jetzt widmen wir uns diesem Kameraden hier. Das ist ja diese Platte. Und hier vorne haben wir diesen Schnubbel. Das zeige ich gleich in Aktion. Jetzt zeige ich aber euch nochmal kurz die Kabel. Wir haben hier unten einmal das Kabel. Ich hoffe, das packt er jetzt mit seinem Fokus. Hier haben wir eins davon für die GPS-Antenne. Und wir haben eines. Ich glaube, das hier. Das dürfte das Stromkabel sein. Und toll ist auch, die haben hier so eine Führung hier unten. Ja, das heißt, ihr könnt das auch auf eine Betonplatte stellen oder drauflegen. Und dann verklemmt es nicht diese Kabel. Also das ist toll. Und dann, ja, wer kennt das nicht von einem anderen? Also das ist jetzt auch keine neue Erfindung. Ich fahre jetzt mal den hier. Der ist noch nicht draußen gefahren. Das muss ich erzählen. Ich habe einen anderen draußen fahren lassen. Deswegen kann ich den hier noch auf dem Küchentisch rumfahren lassen. Und dann hat er unten seine Rollen. Wir drehen den Kameraden auch gleich mal rum. Und der fährt dann automatisch hier rein. Und nockt sich vorne in diesen Schnubbel hier rein. Zack. Und wenn das passiert, dann leuchtet es hier auch, dass der Ladevorgang stattfindet. Also das sieht wirklich klasse aus. Ja, und die Oberfläche habe ich ja vorhin erwähnt. Hier haben wir so eine schöne Abdeckung. Da sind auch LEDs drin. Das leuchtet dann in verschiedenen Farben. Also in Statusfarben. Hier haben wir diese Stopptaste. Da haben wir nochmal einen zum Starten direkt am Gerät. Wenn ihr draußen seid, habt keine App dabei oder sonst irgendwas, drückt ihr hier drauf. Und dann fährt er sein Programm ab. Hier haben wir An- und Ausschalter. Eine OK-Bestätigung. Da müssen wir, wenn wir koppeln wollen, einiges drücken. Nee, eigentlich nur einmal. Und hier haben wir die Heimtaste. Das heißt, da geht er zurück. Hier vorne ist ein System drin. Da war am Anfang das Kabel draußen. Da habe ich immer die Micro-SD-Karte angeschlossen und habe gespeichert. Ansonsten haben wir hier hinten einen Griff. Da können wir den drehen. Und da würde ich sagen, drehen wir den auch mal auf den Rücken. Ich muss aufpassen. Ja, das ist so ein bisschen kratzeranfällig. Wir drehen ihn aber jetzt einfach mal so und hoffen, dass hier nichts passiert, dem Kameraden. Und jetzt gucken wir uns das von unten an. So, da haben wir den liegen. Ich gehe noch ein bisschen näher zu euch. Wir haben hier diese Räder. Das sind ja die tollen Räder, die einfach dafür sorgen, dass der sehr wendig ist. Die sind uneingeschränkt drehbar hier und sind auch schön groß. Dann habe ich ja schon gesagt, die Offroad-Räder, die haben hier ordentliche Zacken, die hier reinhauen. Und mehr haben wir nicht. Wir haben ja hier die Möglichkeit, die Schnitthöhe einzustellen zwischen 30 und 60 Millimeter. Und das habe ich schon gesehen. Das macht ihr alles in der App. Das heißt, ihr müsst hier unten nicht rumfuhrwerken, sondern ihr programmiert das in der App ein. Und dann fährt das automatisch hoch und runter. Und was ja auch hier diese Schnittflächenbreite war, das war praktisch hier dieser Bereich. Und das ist dann diese 210 Millimeter. Ansonsten habe ich jetzt alles abgedeckt. Hier hinten habt ihr noch den Akku drin. Ich habe das schon zerlegt, also wirklich komplett auseinandergeschraubt. Ich weiß, wo die speziellen Teile sind. Also wenn ihr da Fragen habt, Kai, wie läuft das? Könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und hier ist, wie gesagt, der Akkupack drin. Und der ist austauschbar. Das ist ja auch eine gute Sache. Das heißt, wenn irgendwann mal euer Akku defekt ist, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, schrauben. Und dann könnt ihr da neuen reinmachen. Wenn ihr ein Problem habt, natürlich innerhalb der Garantiezeit schraubt ihr hier nichts rum. Dann müsst ihr euch erst mit Segway auseinandersetzen und fragen, was ihr denn machen sollt. Das war jetzt die erste Vorstellung des Segways Navimov H1500E. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen dieses Modell etwas näher bringen. Und es kommen ja jetzt noch weitere Videos. Ich gehe mit euch, wie gesagt, die App durch. Da lasse ich einen Screen Recorder laufen. Wir schauen uns die Einstellungen an, wie das genau im Detail funktioniert. Also ich möchte mir hier wirklich viel Zeit lassen, jetzt dieses Jahr und hier einige Videos rausbringen. Wen das ganze Thema interessiert, der kann gerne den Kanal abonnieren mit Glocke. Da verpasst ihr in jedem Fall keine weiteren Videos bezüglich dieses Mähroboters. Und wer Fragen hat, gleich vorneweg, kann die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe direkten Kontakt auch mit Segway hier, mit einem Ansprechpartner. Da kann man auch kurzzeitig dann schnell Hilfestellung leisten. Ich denke mal, dass ich hier auch an gewisse Informationen rankommen kann. Wann der Kollege hier in Deutschland erhältlich ist, kann ich nicht sagen. Ich bin da so ein bisschen im Schweben. Deswegen auch diese Preise von 1199 bis 2499 unter Vorbehalt. Und ja, ich gehe jetzt noch und schließe den Kameraden hier an. Da muss noch ein Update drauf. Wenn ihr euren natürlich dann kauft, wenn er erhältlich ist, ist das alles schon fertig. Die Jungs und Mädels hier von Segway, die arbeiten da wirklich hart dran, damit das alles so passt. Und damit das ein komfortables Mähsystem wird. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und ja, dann gehen meine Grüße auch raus an Segway, an das gesamte Team. Ich bedanke mich herzlich, dass ich hier dran teilnehmen darf und hier dieses Produkt auf Herz und Nieren prüfen kann. Und meine Meinung auch sagen darf. Also ich bekomme da keine Order. Und somit habt ihr jetzt meinen ersten Eindruck, was hier dieses Teil an Leistung hat. Und ich bin gespannt auf den ersten Einsatz. Weil so richtig gemäht hat er auch noch nicht. Ich habe den immer ohne Messer fahren lassen müssen. Und ja, dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch über einen Daumen runter. Wenn ihr allerdings einen Daumen runter gebt, schreibt in die Kommentare, was euch denn gestört hat oder was ich vielleicht noch hätte besprechen sollen. Dann einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.